Zaki-El. Zaki-El ist der Name eines Engels. Zaki-El bedeutet Komet Gottes. Zaki-El ist einer der Engel, die im Buch Henoch genannt werden. Zaki-El ist laut Henoch einer der Engel, der gefallen ist. Zaki-El soll ein Engel sein, der sich mit sterblichen Frauen vereinigten, der also Sex hatte mit einer Frau. Das soll auch heißen, dass man als spiritueller Lehrer vorsichtig sein soll und dass man andere auch sexuell nicht ausnutzen kann. Zaki-El gilt auch als ein Engel, der angerufen werden kann in der zeremoniellen Magie. Gerade in der syrischen zeremoniellen Magie hat Zaki-El eine besondere Rolle gespielt. Im Buch des Schutzes wird Zaki-El auch angerufen als derjenige, der die Zunge des Herrschers bindet.